wirst du auf den Kopf gehen! Du bist eine Sch prime. Du bist eine Schmiede. Ich schaffe sie von dir. Du wirst deinen Geheimnis aus. Der Sonne. Der Herz ist auf unsere Erinnerung. Der Herz ist auf unsereren Erinnerung. Der Sonne. das ist nicht dämlich naja ist ja auch nur einiges geholfen okay warte 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 stopp stopp nicht von so weit das ist gemeint ich muss doch erstmal hier irgendwie hab ich ihn getroffen? egal es wird keine Kapsel mehr doch hat er wohl auch jetzt wäre ich so zurück meine ok da kann ich nicht lang komisch dass da immer wieder neue hochgefahren kommen sehr sehr merkwürdig haha egal das bedeutet auf jeden Fall Final Battle und das ist schon mal gut denn dann schaff ich meine andere Zeit schon eine Stunde hab ich ja fast schon du er schützt sich oh nicht schlecht so wie lange soll ich mit dem Spiel noch spielen hier äh er schützt sich immer mit dem blöden Ding kann ich auch diesen hier machen? ja geht so jetzt weißt du was ich will jetzt wieder rüber schaff ich das denn? jetzt schaff ich aber er ist ein Faknik oh oh ok schaff ich ihn ah ich weiß auch wieso der Geist ist jetzt alle äh gedingst entweder weil es Klonen von mir sind oder weil äh ja weil das auf Stufe 3 ist ne nix da und da springt er gleich weg ist eigentlich ein einfacher Boss ja gut ich hab auch einfach gestellt ha oh da kommen gleich die Ders ich werde euch ähm der Macht vorbeben ich werde euch ähm wieder und wieder ich werde euch ha 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 Ich bin ein Föder, mich alleine zu treffen. Sie müssen mir diese Zeit erzählen. Ich werde dich tausende Mal zerstören. Du fählst nicht abwehrt. Ey, warum mach ich eigentlich keinen Schwempel? Könnte ich einfach versuchen. Was? Ey, du, das ist... Das ist nicht fair. Okay, das war stupid. Haha, du brennst. Komm her. Pussy. Kann das sein, dass er seine Handkirchen gerät? Ey. Ey, endlich. Er ist schon viel schloch. Und gleich weiter. Ein Starkiller könnte mich nicht töten. Was soll ich tun? Ich habe dich vorhin geklappt. Ich werde es wieder machen. Äh, D diesmal. Okay. Und diesmal war das richtig. Äh, S. Äh, S. Äh... Was soll ich... Ich bin immer stärker als du. Und zwar, dass du mich vergleichst. Wenn du möchtest, zu spielen, zu sein Jedi, dann wäre es. Ich werde dich verbrechen. Nichts mehr. Warte, du hast uns viel abgehauen. Oh, ich schweiß dich. Nicht runterfallen. Ey! Du schmeißt mit Klon. Das ist gemein. Okay, er atmet schon schnell. Komm, greif weiter an. Du bist du nicht. Okay, das bringt nichts. Echt nicht. Echt nicht. Was könnte ich denn noch versuchen? Wolle ich mal versuchen, uns zu packen? Nee! Geht nicht! Dann wird das sauer. Ha! Oh, noch ein Quick-Termin. Ja, du lösst! Hehehe! Es! Nicht mal was passiert. Ja, das zieht mir nur ein bisschen was ab. Alter, hör auf mich voll zum Texten, ey. Jetzt! Nein! Das war eine epische Death-Scene. Und wenn ich jetzt nochmal von vorne anfangen muss, wäre das ganz schön scheiße. Ich befürchte es aber fast. Naja, gut, nicht ganz. Tut mir leid, Leute. Äh, ich stopp die Aufnahme kurz, bis er wieder bei seinem alten Energie-Level ist. Ich muss wirklich nochmal alles sehen. So, jetzt ist er schon bald wieder soweit. Und ich hab ihm gerade einmal mit Forsten Fultz ziemlich was abgezogen. Das hat wahr und wundern gewirkt. Und ich hab's schon wieder vermasselt. Verstecken, ey. Lass der jetzt. Ja, da wird sich dein Scheiße an sein müssen. Aber... Du möchtest, wenn du ihn spielen willst. Und so be it. Äh... Na, verlassen wir jetzt. Ja, diesmal hab ich gedrückt. Ja. Du bist ein Tod. Du leid! Du leid! Du leid! Du leid! So, ein bisschen abbeten. Das ist ja nix! Das hätt ich mir überhaupt nicht gesagt gezogen. Hätt ich mir im Krieg, hätte ich mir noch sparen gesagt. Ja, jetzt kommen wir alle wieder, die Penisse. Ich werde euch alle... Nein! Die heulen, hör mal. Wer hat das gesehen? Wie viel ist er abgezogen hat? Holy shit! Also, Klon auf ihn hetzen, dann einen Repuls. Sehr gute Faktion. Nein! Okay, das sieht nach der Final Battle-Dings-Punkt aus. Ich sollte hier bleiben. Ich hab's kommen sehen. Ich hab's kommen sehen. Ich hab's kommen sehen. Das war ein Force Punch. Das wäre da jetzt einfach mal... Na, wieder auf sein komisches... Äh, Dings! Ich muss! Aber wir lassen den Techniken kommen. Und nehmen uns jedenfalls so ein komisches Sax. Ja! Okay! Oh, wir sind draußen! Hallo! Da ist er ja! Lass mich raten, was jetzt passiert. Yo, ich hab's kommen gesehen. Nix da. Warte! 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 I will do your bidding. Just let her go. Find and kill General Kota. If you refuse the woman dies. She will return to me and give yourself to the dark side. If you resist she dies. And when your training is complete you will hunt down and execute the rebel leaders. Wenn du failst, stirbt sie! Das war's ja auch beim letzten Mal. Bei Episode 1, sozusagen. Da ist er! Der Opa! Okay... Au! Achso, wir haben einen Forst zu, oder? Was heißt, ob wir so gewohnt waren? Augen über dieses. Sie bedeutet nichts. Irgendwann hat mir erzählt, dass da eine Schockwelle kommt, oder so. Oh, ich hab's eine Millisekunde zu spät gedrückt! Warum kannst du das nicht machen, jetzt? Sie hält dich zurück! Oh!